Hallihallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube Video, wir müssen jetzt werbefreundet Was ist das Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, heute gibt es mal wieder eine Reaction, war nicht witzig Wir reagieren auf Fero47, schau mich an, produced by Team Air, Vcat und Artem, hoffentlich alles hier richtig ausgesprochen Fero ist wieder back am Start, noch los und zwar, der letzte Song von ihm war ja, soweit ich weiß, Amphetamin, kann das sein? Also auf jeden Fall, warum hau ich hier die ganze Zeit dagegen? Als Amphetamin draußen war, war ich im Urlaub, ich sag so Leute, ich bin im Urlaub, bisschen keine Videos und so Ihr so, ihr schreibt so ja vollverständlich, du ballerst so viele Videos, gönnt ihr auch mal Urlaub in den Sommerferien, war das Auf einmal, ey, ihr habt mich voll getextet, reagiert auf Fero, 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 ich musste im Urlaub nochmal 6 Videos aufnehmen Okay, also bevor es jetzt richtig losgeht, erstmal nice, der Affe, der da ist, Video ist hier directed by Alex Blitz, muss ich sagen Also Fero's Musikvideos sind ja durchgehend von Alex Blitz und was ich bei Alex Blitz gut finde, ist, dass er den Beat echt gut zum Video anpasst Also es war bei den vorherigen Videos so, sagen wir, wenn ein krasser Beat Drop reinkam, zack, kam auch ein krasses Bild oder so rein Diese Hook, diese Hook ist anders, Leute, diese Hook ist anders, heftig Also ich hab auf, äh, jetzt die Leute, die sagen, hä, hast du dir den Song schon vorher gegeben oder warum weißt du, wie die Hook ist Halt einfach dein Maul Und zwar hab ich ja auf die, äh, Instagram-Hörprobe reagiert und auf, äh, auf den Teaser-Trailer, je nachdem Und, äh, wir haben perfekt pausiert Wir haben genau auf sein, äh, Bein pausiert, okay Aber die Hook ist schön beweglich, ist mal was anderes von ihm Diese Stimme, diese Stimme, Leute, ist einfach einzigartig Jungen, was ist mit diesem Musikvideo los? Erstmal haben wir so ein, äh, ja, Krokodil Keine Ahnung, wie, Krokodil, Krokodil Und, äh, ein Affen ist auch, Affe ist auch am Start Was kommt hier noch alles, was kommt hier noch alles? Nimm TV, hol euch rein Steh mit Bein Ich bring nun das Geld für die Fam hier rein Seh nur Summen, Summen, Summen Und dein Motto ist am Brummen Was guck mal Nice Seh nur Summen, Summen, Summen Und dann, dass bei der Wiederholung von dem Wort Dann nochmal die Beatdrops hintereinander wiederholt werden Hat, hat schön gepasst, Leute Hat echt, äh, hat schön gepasst Ich muss sowieso sagen, Leute, seine Stimme gefällt mir, weil Diese, es gibt ja am Anfang, wo Ferro noch neu war Da gab es einige, die meinten Boah, nee, diese Stimme nicht Und viele, die meinten anders Ist das jetzt die Prehook, die da reinkommt? Dieses, ey, ey Ich mag das irgendwie, weil hier wird ja auch noch Hier habe ich ja auch beim Teaser gesehen Dass hier dieser Tanz, dieser bewegliche Tanz Zur Hook, das passt nochmal gut rein Also Konzept vom Musikvideo Bezogen auf die Musik Finde ich, äh, ist echt gut gemacht Ich weiß nicht warum, das Musikvideo gefällt mir Das ist gut, das ist so beweglich Und hier wird auch, ist so ein Tanz vorhanden Also Part 1 muss ich sagen Hat mir gut gefallen Hat mir gut gefallen Ich muss auch sagen, der Part war jetzt nicht Obermäßig krass oder so Sondern der Part hat mir gut gefallen Ja, Hook Muss ich noch sagen, dass ich die Hook krass finde Ich will gar nicht auf Pause drücken Ich finde, bei diesem Schau mich an Erstmal, das passt ja richtig gut Mit dem, äh, mit dem Beweglich, wie ich gerade meine Aber hört ihr im Hintergrund diese Pitchstimme? Hört ihr diese Pitchstimme im Hintergrund? Ah, ah, ah Das macht auch nochmal Das gibt auch nochmal gutes Feeling rein Passt irgendwie richtig gut auch hier rein Geht nur an diesem Hauptsächlich nur an diesem In diesem Spot befinden Ein bisschen mehr Wechsel wäre vielleicht noch nice gewesen Hol mein Blunt aus Rotterdam Komm mich an Bin so high Mein Kopf ist bye, bye, bye Trost auf, man Denk mir nur so wirklich Why, why, why Schau mich an Hol mein Blunt aus Rotterdam Und das Dann hörst du nochmal eine hohe Stimme im Hintergrund Wenn du genau hörst Dann hörst du nochmal so eine hohe Stimme im Hintergrund Und die gibt auch nochmal gutes Feeling rein, man Das ist geil gemacht Das ist geil gemacht Schöner Beat Schön beweglicher Beat Passt zur Stimme Schöner Flow Mal wirklich einen komplett anderen Flow Auch mal wieder von Ferro Es ist leicht schnell Ich mag diese Beats Dieses bewegliche in diesen Beats Wisst ihr Das hat ja diese Party-Richtung kann man sagen In letzter Zeit sieht man das ja eher selten Wenn du mal auf Deutschrap guckst Wir reagieren hauptsächlich auf Aggressives und auf Deepes Und sowas kommt in letzter Zeit selten Sowas kommt ja hauptsächlich so im Sommer raus Wirklich Anfang Sommer kommt sowas raus Deswegen freut mich das bisschen wieder Abwechslung auf Das ist auch nochmal geil Die Prehook ist auch nochmal geil Hook und Prehook sind hier echt nice Weil bei diesem A Fühlst du es Willst du mitmachen so Und bei der Hook Dann geht es richtig ab Ich finde das geil Dass die Prehook langsamer ist So im Vergleich zur Hook Weil dafür Dann kriegt die Hook wieder so an Wert Es ist langsam Du weißt Okay es ist ein Wechsel Und jetzt Na 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 Ja mein Verwiskas am Blatt Hey die Barsch alle Mann Hol mein Blatt aus Rotterdam Guck mich an Bin zu heim Mein Kopf ist bye 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 Na 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 Ich sag nur Why 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 Dieses Bye 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 Why why Das ist nice Das ist nice Da willst du einfach direkt mitmachen Also Ich fühle den Song Ich fühle den Song Der Song gefällt Mir könnt mal gerne reinschreiben Wie ihr den Song findet Ob ihr findet Das einer seiner besten Songs ist Einer seiner mittleren Einer seiner schlechtesten Ich hätte sogar gesagt Das ist einer seiner besten Songs Gefällt mir mal Ferro47 Auf jeden Fall Für mich abgeliefert Für mich ist es auf jeden Fall abgeliefert Okay Leute Wir sind durch Mit der Reaktion zu Ferro47 Daumen nach oben Dann lass den Channel abonnieren Das war's Haut rein Macht's gut Und ciao